äh, Granaten ja, Granatwerfer ich hab mich schon gewundert aber für 2 Grad, also 2 Minusionen ist echt gut das Granatenwerfer normalerweise ist 3 feiert sogar richtig schnell, hier, Moment willst du die haben? aber wenn du siehst du, ich teste sie gern ja, ich, äh, kann's nicht gebrauchen Moment willst du sonst die andere haben? welche andere? äh, Blowing Wind oder die ich jetzt hab äh, brauche ich nicht Fast Bullets ASK Beta und Ready Bowling da hast du's ja, macht nix, ich brauch die jene hallo? das geht doch wenn du einen guten Raketenwerfer mal wieder findest oder ein Scharfschutzgewehr, sag mir Bescheid oder eine Schroppflinte oder alle anderen ja, oder alle anderen, ne, ich spiele im Prinzip immer nur mit Raketenwerfer Schroppflinte äh Scharfschutzgewehr, im zweiten Teil, äh, im ersten Teil noch ganz gerne mit SMGs na, aber im zweiten, ich weiß nicht bisher konnte ich mich dafür nicht so begeistern hallo? darf ich's bitte weiterlaufen? Firestone Population, vierundzwanzig vierundzwanzig, kommt nicht mehr so ganz hin Irgendwas dröhnte da gerade so ein bisschen die ganze Zeit ich weiß nicht, dass das ein Gegenshorn war oder von einem von uns? ne, war ingame irgendwie so ne, war ingame irgendwie so ne, war ingame irgendwie so ne, ich weiß selber nicht was das war ne, da müssen wir wieder zurück, das lass mal abbrechen machen wir das hier machen wir das hier da vorne hab ich schon alle gekillt alle gekillt, dann geh ich mal da lang, da sind auch alle gekillt ne, da sind da noch welche bei dir? ne ok gut, dann geh ich einfach mal dorthin und guck, ob dort noch welche sind Jacobs so hey, vielleicht ist die Arena hinten noch ne, hab ich schon geguckt nicht die Duell-Arena, die ganze hinten ach so, das weiß ich nicht oh, was haben wir denn da? geil was? Catch a Ride ähm, Skin gefunden, nice erstmal geschnappt so, einen gibt es noch warum steht das da auf Englisch? Collect Gun Bar Parts 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 ist falsch Collect Gun Parts warum auf Englisch? hier gibt es auch keine mehr scheiße, wir haben die schon alle erledigt sonst lassen wir die einfach ne, Hauptmission zack, da da mein ich gut, sind wir hier einmal schön rumgelaufen durch die Arid Badlands ja, ok, geht es gar nicht weiter ne, leider nicht oh man, da hinten haben wir schon viel krach ja, das stimmt, aber mussten sie auch irgendwie auch ein bisschen einschränken aber wenigstens den komischen Ring der keine Ahnung Zahnaugen Killer wie auch mal erhielt es ach so, das Ding, ja, ja ich weiß, was du meinst die Dinger waren immer ganz cool ja, das stimmt bis jetzt haben wir ja nur einen gefunden in Switch aha Alter, ich hab da mal Welle 4 gespielt ne, da kommen Kopter ja jede Menge wir haben das nicht mitgespielt zu trip war es hart aber zu viert war es und übertrieben ja äh, zu viert schon gut geht, ey ja, und mit guten Waffen und mit guten Ausrüstung mit denen, die, mit denen wir da reingegangen sind ne oh, dieser PC, ey das ist ein bisschen wie weißes Rauschen ja, ich hör's hörst du? wie geil, doll nicht, dass es die Aufnahme versaut es rauscht ein bisschen, aber es rauscht ein bisschen aber nicht so heftig ja, aber ganz ehrlich hast du eigentlich mal oder weißt du überhaupt genau was weißes Rauschen ist? ja ich hab das erste Mal ein Fallout 3 gesehen und ich hab keine Ahnung weiß wie gerade das Alter, so krank da haben wir jetzt Versuche mit denen gemacht die sind irgendwann warm und sich geboren und haben eben Schädel am Wendler eingeklagen okay oder, hab ich mal die Realität gecheckt ja und es gab wirklich so Psycho-Versuche mit weißem Rausch die so richtig scheiße, du bist ja hochgekommen hier ja, ich bin eben cool ja juhu na heftige Lage oh, cool sehr schön brich in das Hyperion-Info Stockade ein okay alles klar was hat sie ihrer Mutter angetan mhm hör nicht auf ihn Kammerjäger er hat Angel getötet lange bevor du den Stecker gezogen hast und wage es nicht über meine Tochter zu ein critical one hit kill nice geil das Scharfschützen wärs cool scheiße bist du kurz so nett mich wieder zu beleben jawohl danke aber ich bin echt tot danke scheiße direkt zwei Raketen in die Fresse bekommen hier das ist meine Waffe Spasti sind hier noch Roboter ganz ehrlich das Scharfschützen ist relativ heftig Badass Constructor das gefällt mir nicht ohne Säure sind die echt so gut wie nichts pflegen ist so eklig 22.000 Schaden kritischer Treffer ja das ist schon ekelhaft tja das dazu ne bam nice nice oh was hat der denn verloren hier Feuer ist leider so 1000 wie viel na naja okay sie macht natürlich noch 245 Feuer Damage ich nehm die mal mit wenn ich darf ach diese Waffe macht überhaupt keinen Schaden ja ja scheiß hast du den doch noch oh fuck kommst du hier reingekrochen kurz oh fuck Moment hab ich gleich okay der kann ja wir haben ein bisschen verkackt das war der letzte Gegner und der hat uns beide das ist scheiße komm stimm auf nein tja wir müssen gleich schon wieder schluss machen ja da ist schon gleich elf ja stimmt morgen wieder Uni muss deine intelligenz echt ja die die meine let's plays gucken müssen mich ja irgendwie doch für ein bisschen bescheuert halten oder uns beide eigentlich da muss man natürlich ab und zu mal so reinwerfen dass man doch nicht so blöd ist ich habe kein wort verstanden du bist gerade sau leise naja war die absicht achso war absicht ich hab ja porno sagen ich sehe auch noch nein ich hab Adi gerade erklärt dass es scheiße ist immer gar nicht verkommen war da eben so mit wow und das hast du wahrscheinlich überhaupt nicht mit ne ne treppen hoch das ring klingt gerade wie so ein raketenstart bei dir das ist voll heftig ja das habe ich jetzt schon seit fast zwei stunden alter schwede aber auch erst erfordert als du mir irgendwie die ordentlich kann ich verstehen deswegen bin ich auch sehr froh wenn ich lege verdammt gehen kann ja ich habe 2400 schild wie du sterbe ich die ganze zeit ja fack ich mich aber auch was haben wir hier schild 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 ich habe da erst mal alles aufgesammelt sonst ich gucke das gleich mal durch ob da was bei ist was ja genau ich bin ja auch nicht getarnt oder so na bist du nicht am Boden spazi alter und jetzt hat der wichser hier ein schild aufgebaut wollt ihr mich verarschen hier so jetzt bin ich im schild drin wie schmeckt euch das klein arsch kriecher jaja schaffe ich das schaffe ich ich mach die fertig hier so fress noch ne waffe so warte mal ganz kurz bist du gerade hier ach ne bist du schon oben wegen waffen 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 ganz kurz wegen waffen einmal was ich da aufgesammelt hab was hatte ich da aufgesammelt ich guck gerade mal revolver 766 schaden ich glaube 333 nova schei ich war ich bin gleich da jetzt bist du wieder leise fack 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 hat er erst gesagt als er gestorben ist haha viel glück bei ihrer rache hat die die sie getötet haben hyperion okay was war das gerade average nexus fan bad average bad ass nexus bringen nein das sah aus wie das ende aber nö 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 opportunity war nur relativ weit gar nicht hinten aber das oh alter der wixer los mach dein schild aus mach dein schild aus mach dein schild aus wenn dein schild nicht ausgeht glaube ich danke 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 das geht mir viel zu langsam äh 1000 ne 100 100 100.000 nein 100 hat die combat shot die ich hab ich kann eigentlich gut gedulden lassen achso ne perfekt wäre sie werden dann auch ein event schaden drauf säure am besten oh ja säure ist säure ist irgendwie in diesem spiel im ersten teil war es feuer weil man fast nur menschliche gegner hatte einfach ne scheiße jetzt ist es hier fast nur säure im zweiten teil was äh richtig bonus schaden macht weil man ganz oft gegen diese speziellen kämpft ne klein homos genau homo arpjens homo arpjens homos arpjens mal von mir aus ja weiter ist dann homos und abdaten ah homo affe schwule affe nein homos 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 so hier ging es doch noch nach oben da will ich auch noch mal kurz gucken dass ich es mit drauf habe da war eine wache aber da war so trotzdem so hier ist nicht mehr viel wo müssen wir denn die mission jetzt abgeben in sanctuary klasse können wir wieder ganz zurück gibt es hier denn so ne teleportstation nein gibt es nicht kartenausgang gibt es schnellreisestation jawoll ja ich gehe da mal hin und teleportiere uns nach sanctuary wobei hier sind jetzt gerade noch klasse oh klasse wo bist du denn ich bin gerade am verkülten ich schaue